Wann habt ihr das erste Mal das Gefühl gehabt, ihr gewinnt das Spiel? Ich hatte immer ein sicheres Gefühl. Nachdem wir die dritte Runde gewonnen haben, als wir die Ecke geholt haben, habe ich gedacht... Ne, das war ja die Kaufrunde. Echt? Wir haben eine E-Coin? Die Bombe schickt an die Kaufrunde. Das ist ja schon vergessen, das ist schon länger her. Ja, das ist so lange her. Wie funktioniert der eigentlich so in der Woche? Normalerweise, wenn wir Zeit haben, vier bis fünf Mal. Aber diese Woche hat Olli Klausuren gehabt, musste zur Uni fahren. Und deswegen haben wir Montag das letzte Mal trainiert. Und seit dem Monat gar nicht mehr. Wie habt ihr eigentlich Olli jetzt am Anfang integriert, wo er gewechselt ist? Ich hab gesagt Männer. Ich mach das. Wer haben wir es gemacht? Boop, du bist ein gutes Spiel. Ich würde sagen, grundsätzlich haben wir erstmal alles über den Hauch geschickt. Ein bisschen schon, oder? Ein bisschen schon. Ein bisschen. Wir haben versucht halt mal ein bisschen eine neue Art reinzubringen. Auch durch den Spielerwechsel jetzt. Und ja, ich denke, auf manchen Maps ist es uns bis jetzt gut gelungen, auf anderen gehen wir nicht. Welche? Ja, das zwei läuft jetzt besser. Eigentlich lief in Ferne auch mal bis auf das eine. Ich wollte es nur noch. Ja. Wir arbeiten noch. Es ist noch ein Prozess. Es ist noch ein Prozess. Es ist noch ein Prozess. Es ist noch ein Prozess.